Die Bevölkerung wächst schnell und insbesondere in urbanen Gebieten gibt es wenig verfügbare Fläche. Das stellt die Entwicklung von Immobilien vor große Herausforderungen. Die Frage ist, wie wir in unseren Zentren verdichtete, attraktive und zugleich nachhaltige Arbeits- und Lebensräume erschaffen. In Städten, die bereits überbaut sind, eignet sich die Transformation von sogenannten Brownfields hin zu neuen Lebensräumen. Wir transformieren ehemalige geschlossene Industriearealen zu durchmischten, lebendigen, nachhaltigen neuen Stadtquartieren, zu attraktiven Räumen, zum Wohnen, Arbeiten und zum Leben. Mit demselben Anspruch entwickelt Implenia Greenfields, also zentrumsnahe, gut erschlossene und noch unbebaute Flächen. Im aktuellen Marktumfeld ist die Lage für eine Projektentwicklung noch entscheidender geworden. Sie entscheidet über die Attraktivität des Lebensraums der zukünftigen Bewohner, aber vor allem auch über das Potenzial der Nachhaltigkeit unserer Projekte. Die Standardwahl ist ein der größten Hebel der Dekarbonisierung. Das gilt sowohl für die graue Energie als auch für die Betriebsemissionen. Urbane, gut erschlossene Standorte spielen nicht nur der Nachhaltigkeit in die Hände, sondern auch den künftigen Bewohnern. Deren Wünsche und Bedürfnisse hat Implenia erhoben, analysiert und daraus eigene Wohnzielgruppen abgeleitet. Unsere Wohnzielgruppen, die Implenia Lifestylers, helfen uns dabei, unsere Projekte den Bedürfnissen unserer zukünftigen Nutzer entsprechend zu entwickeln und damit attraktive Lebensräume zu schaffen. Wir sind damit noch näher am Menschen. Implenia gestaltet mit digitalen Methoden ab den ersten Planungsphasen sowie innovativen Ansätzen nachhaltige Gebäude und Außenräume, in denen sich die Menschen wohlfühlen und nachhaltig wohnen, arbeiten und leben. Implenia bringt Vielfalt in unsere Zentren. Implenia 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 Implenia